Ja, selbe Szene wie gestern. Ich mache das Video nur zur Sicherheit, falls ich nachher nichts Neues mehr aufnehme. Der kleine Hase Rock ist diese Nacht gestorben und deshalb bin ich nicht in der Stimmung, irgendwas Lustiges oder Spaßliches zu machen an meinem letzten Tag. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich war eigentlich alle 365 Tage in diesem Projekt ehrlich zu der aktuellen Tagesstimmung und habe nicht irgendwie was vorgespielt. Das möchte ich auch ungern am letzten Tag machen. Ja, ich wünsche, das wäre anders. Tut mir leid, aber. Naja, ich bin nicht aus der Welt. Und es gibt bestimmt auch bald nochmal ein paar schöne Videos von mir, halt nur nicht täglich und nicht in diesem Projekt. Ich bin jetzt schon 1.20 Uhr. Ist auch total egal. Ich werde später noch mehr zu dem Projekt sagen und schreiben. Auf jeden Fall, euch allen nochmal einen super großen Dank für die ganze Zeit, die ihr mit mir verbracht habt. Also NEU. Also, das ist so Spaß. Ist auch für Booge!